CREANGE ROY Leute und heute gibt es eine neue herausforderung zum 14 tage fortnite event hierbei muss man mit dem doppeldecker x4 stormwing durch goldene ringe fliegen wo diese ringe sind werde ich natürlich wieder zeigen und zwar ist hier direkt der erste land am besten hier in frosty flights gönnt euch direkt diesen ringen die anderen welche euch auch noch zeigen könnt ihr wirklich in einer runde nicht mehr machen ist ziemlich easy fliegt einfach durch und hier haben wir schon den ersten von fünf ringen und dann geht er am besten so ein bisschen die rechtskurve also herne von gris ist dann direkt noch mal einer genau hier eigentlich das ganze auf der karte noch mal zeigen also erstes hier der zweite ist dann zirka hier genau gehen wir einfach auch noch hier durch und das ist eine aufgabe die schnell erledigt also fliegt aber die rute wie ein video und ich weiß auch dass ganz viele immer die videos gucken ohne den kanal abonniert zu haben leute ich werde ich mega dankbar falls ihr das heute mal nachholen könntet lasst uns mal wirklich noch die 900.000 hier voll machen ihr würdet mir wirklich ein riesiges weihnachtsgeschenk machen so ab zum nächsten bringen und der befindet sich hier auf diesem berg zwischen den drei bäumen wo die flash factory war da fügt er einfach auch wieder durch und wenn da jemand auf euch ballert kommen dann müssen wir nicht schnell weg machen So er wollte es nicht anders ich musste ihn jetzt aus dem flieger vertreiben verstehe ich auch nicht wieso die jetzt schon irgendwie auf andere flieger ballern sondern Können sie lieber mal ihre renge da erledigen Auf jeden fall der nächste wie gesagt genau hier zwischen diesen drei bäumen fliegt er auch durch haben wir wieder ein mehr Und sind hier schon bei drei von fünf der nächste ist direkt unter der brücke also genau hier Zwischen schiff die und sollte ihr seht es auf der karte ist echt auch easy und man kann die ringe nicht so leicht übersehen So hier fliegen wir eben auch noch durch und der letzte dringendien hier braucht es eigentlich auch Weiter geradeaus also haltet euch einfach hier und da seht ihr ihn auch schon ist hier auf diesem berg drauf Und wenn vielleicht irgendein ring bei euch nicht da ist werde ich euch auch gleich noch mal ein zeigen Den ihr dann auch nicht verfehlen könnt so wir fliegen einfach mal seitlich durch mal gucken ob es klappt Ja klappt sogar auch so wenn ihr dann hier ein bisschen weiter fliegt noch also in der nähe eigentlich über retail könnte man sagen Ist direkt hier auch noch mal ein ring also habe ich euch jetzt sechs ring gezeigt und ich denke ihr könnt die herausforderung so easy abschließen Und sollte euch das noch nicht reichen gibt es hier über lonely lodge bei dem großen haus auch noch ein so leute ich hoffe ich konnte ich mit dem video helfen die ringe hier easy zu finden Ihr könntet mir mega helfen wenn ihr mein supporter creator code trench x-royal in eurem shop eingeben würde das war's von dem video wir werden nicht vergessen bis zum nächsten mal euer